so ausgang werden rechts links und oben glaube ich ich habe wieder typisch dass wir dann direkt namens date zwei teams haben zumindest habe ich ja schon mal einen kopfschuss gemacht und die davor und sitzen jetzt in der zwickmühle auf der einen seite das bau und team und auf der anderen seite uns ob jetzt legen sich gerade mit den anderen an oder aber da ist noch ein team jetzt über wird noch ein team sein war jetzt wo sie die an jetzt sind dass wir von rechts und links das eine hört sich an wie das baum liegt wo sind die kannst du nicht sagen das war im gebäude da hinten brennt gerade also das eine team wahrscheinlich jetzt gerade reingepusht stand also der von hier wo wir jetzt gerade sind wahrscheinlich sowieso nichts mehr machen können so sieht es aus die ausgänge alle rechts links und in der mittel nach oben hin sind noch weiter rechts schüsse jetzt ich kann mich ran schleichen wenn du mich steckst ich bin doch schon längst ich habe was sterben hören werden die mich auf jeden fall hier rechts von mir jetzt wechsel 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 äh, das Bounty ist schon, äh, rechts schieß auf schüsse auf jeden fall noch im mittleren Gebäudeteil hier außen hast du eigentlich noch am meisten Deckung gerade wer einbaut hier rechts vor uns einbaut hier im Kompon noch links mhm ich hab mich jetzt halt einfach wahrscheinlich zwei verschiedene Teams jaja einer hat vielleicht mit Schlange das Bounty geholt das hättest du aber gehört Schritte rechts messert mhm und stirbt sitzt hier könnte ihn schießen wo ist er denn? da war er Achtung der läuft also aus der Mitte auch jetzt gerade nach rechts drüber ist das andere Bounty läuft da hin wir haben den gepusht ist tot ist einer lebt anscheinend noch einen habe ich gehört der sitzt hier in dem Bus irgendwo ist noch was der ist aber hier vorne an der Ecke da ist er das ist das ist das das ist auf jeden fall wo ich hocke und ich komme hier nicht weg ich sehe sie ja aber ich treffe halt nicht der eine hat eine Silencer hat mich hat mich ja gant heil dich ja alles gut ist nur noch einer links und ja ah fuck fuck er hat mich dringend schade schade das war eine gute Runde ich glaube das sind doch die letzten ja ich denke auch ja auch waren die letzten wie viel waren jetzt noch ein Leben ja nur noch zwei ja waren das aber immer noch über breitsel vom team zu sagen man weiß immer noch über bleibst du gerade es ist ein volles team gewesen aber alle immer noch zwei lebten deswegen ja weil ich nur ein von dreien getötet habe ja aber ich hatte einen getötet die haben sie wieder aufgehoben oder der war aus einem anderen team wahrscheinlich man hat sich den nämlich getötet dann sind die nämlich alle rüber gerannt ah ne den ich getötet habe war von einem anderen team ja und der andere war von einem dritten team also das hat sich anscheinend verkrümelt weil da sind auch keine ereignis dahinter ja er ist in dem haus hängen geblieben und greift jetzt das ein man weiß es nicht es ist doch keiner mehr am leben gewesen ne du sagst es ist keiner mehr am leben gewesen genau waren nur noch die drei tja haben sie sich verpisst ja die haben auch noch einen einser dabei vielleicht haben sie sich wirklich verpisst ich schätze mal ehrlich sind da verrückt ja 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 das war witziger der der 2 oder die darin die 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 Ich weiß nicht. es gibt nichts anstrengendes als ständig nachtgarten zu spielen habe ich keinen bock mehr drauf ich habe immerhin schon mal ein paar schlägchen ich frage ich mir echt wie lange nachladezeiten aufwertungspunkte aufwertungspunkte die hände Totenacker Richtung Süden Die Aufwertungspunkte waren... Ah, hab sie. Okay. Übergräber. Läuft sowieso eigentlich. Dann wird es anfängt, mich anzupissen, einfach das Spiel. Ja, das gerade war so... Das war echt so eine... Un... Kräne. So eine unnötige Situation, weißt du? Ein todsicherer Schuss und riss nicht. So eine unnötige Situation. Hm. Könnte Viehzucht sein. Ja. Ja. Unsere beiden Clues sind natürlich da ganz vorne. Ja. 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 Gut so. Oh, hier oben liegt ein Perk. Oh, hier oben liegt ein. Oh, hier unten liegt ein. Ich bin ein Perk. Hier oben liegt ein Perk. Oh, hier unten liegt ein Perk. Oh, hier unten liegt ein Perk. ja die können rika raus können sägemühle raus ganz blöde situation ich würde sagen wir gehen lockt lockt bei lockt bei sind kommen uns immer noch entscheiden wir wechseln den boss der andere ist ja schlecht ach leck mich doch die füße also ist lieber vielzug gehen wenn das wieder nicht klappt dann mache ich feierabend ist mir einfach nur an wir haben nur wir haben nur nach maps wir kriegen wieder nur auf den sack ja nur auf den sack ist übertrieben die letzten runden waren nicht so toll aber davor ließ er ganz einfach sägemühle erst gehen richtung norden ja aber das was bringt weiß ich nicht krähen Das sind auch Krähen. Ich finde einfach, mit den Krähen ist hoffnungslos übertrieben. Du kannst dich ja überhaupt nicht mehr vernünftig bewegen. Nö. Das ist kein Scrap hier auf dem Netz. Die Explosion war glaube ich gerade bei Vizont, oder? Ich glaube ja. Wow, ich habe mal wieder Schlangen gefangen. Aufwertungspunkte. Na klar, gleich wieder der Doppelhive hier. Also irgendwas stimmt doch einfach nicht, ey. Erste Bajonett tötet instant. Das zweite geht halt einfach daneben. Ist aber voll drauf. Also irgendwann ist es doch faul an dem Spiel wieder, ey. Voll wieder ein Medikid. Sind die schon unterwegs irgendwo hin, oder? Nein, noch nicht. Oh, hier war ein Schlang. Die hat schon jemand genommen. Wir sind zwar im Norden vom Compound, haben die aber noch nicht wegbewegt. Nochmal Aufwertungspunkte. Okay. Jetzt habe ich den Beschwörungen nicht an. Voll. Ich muss es doch irgendwo so ein fucking Medikid immer geben, ey. Aha. Habe eins gefunden. Aha, okay. Es war zwei. Und sind immer noch drin. Mhm. Ja, theoretisch können wir ja hier bleiben. Aber theoretisch... Wenn die hier rüber rausgehen, ja. Ja, auch wenn die zum östlichen Ausgang gehen, dürften wir denen eigentlich einen Weg ab... wegschneiden können. Sie gehen hinten raus. Richtung Port. Okay, dann los. Hier am besten hin links übers Wasser. Okay. Ich glaube, ich besser. Achtung, Wasserteufel. Ich habe es gehört. Mal hier vorne, hier zwischen oder so. Ein Immo, pass auf. Wir sind ein Rieker. Das könnte gehen, wenn wir die hier abfangen können, bei dem... Ausgang. Bus. Sind wir irgendwo vor uns? Direkt vor mir. Wir haben ja auf jeden Fall einen Hit. Scheiße, ich habe... Hunde. Ich bin leer. Fuck. Es scheint noch welche zu kommen. ist tot. Hast du den erschossen? Nee, du hast ihn erschossen. Nee, ich habe ihn nur gehittet. Dann hat den einen anderen erschossen. Den habe ich erschossen. Guck dich einmal um, bitte. Jede Menge Gegner. Ja. Hit. Was heißt jede Menge, bitte? Äh, es ist drei, habe ich gesehen. Eine White Shirt kommt gleich links. Okay. Hit. Keine Ahnung, wie der mich hinter dem, äh, Baum stehen hat sehen. Ach, was soll ich denn machen? Nein, reicht mir heute, ey. Jedes Mal, nur nachts. Geht mir auf die Eier. Ja, das ist nun mal das Thema, das... Nee, das hat damit nichts zu tun. Doch, das haben die gesagt, dass er deswegen öfters nachts, äh, nachmachen. Ach, hör auf. Letzte Mal, wo wir gespielt haben, haben wir halb so viel benachten gehabt, wie wir jetzt hatten. Reicht kein Bock mehr drauf. Knauze voll für heute, ey. Nur auf den Sack kriegen. Keinen Bock drauf. Ja, wir haben nur einen Kill. Ja, der andere war ja auch nur ein Assist, weil den habe ich ja nicht getötet. Ja. Ja, jetzt habe ich eigentlich ein Adlerauge. Für heute habe ich die Schnauze voll. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal.